Vor 125 Jahren haben die damaligen Mitglieder schon genau entschieden, worum es heute noch geht. Sie haben vor 125 Jahren gesagt, als erstes kümmern wir uns mal um den Segelsport und haben dann sogar gesagt, es sollen in jedem Jahr zwei Regatten stattfinden. Das stand schon vor 125 Jahren in Ihrer Satzung. Ich glaube, Sie haben das mittlerweile ausgelegt, mindestens zwei Regatten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.